Ja moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch zu einem neuen ZUGO Fest Video und ja wir haben heute Part 2 von Treasure Mode Whitebeard ZUGO und da habe ich mir gedacht, ach komm machst du 3 Multis, denn mir gehen allmählich die Charaktere zum Leveln aus abgesehen davon würde ich ganz gerne meine Treasure Mode Teams noch ein wenig aufbessern wollen und ja dann machen wir einfach heute 3 Multis schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare was ihr so gezogen habt wenn ihr keine Ahnung bei Part 1 oder jetzt auch bei Part 2 gezogen habt empfehlen würde ich euch aber dennoch nicht bei den ZUGO zu ziehen außer vielleicht 1, 2 Singles oder so einfach mal schauen was kommt wie gesagt meine Kollegen oder so die haben alle ja auch nur ein paar Singles gemacht sage ich mal keine Multis und ja komm ich würde sagen hauen wir gleich auf die Kacke legen wir gar nicht oder Ritmark anschlagen um heißen 3 3 Multis das heißt eine Safe Legende bekommen wir auf jeden Fall muss aber dazu sagen ich bin heute nicht auf Legenden aus sondern auf neue Charaktere weil ich brauche einfach neue Charaktere so ok wir bekommen tatsächlich ein Red und ansonsten müsste eigentlich alles Gold Only sein wenn ich mich jetzt nicht täusche und es geht mit Bebo los das wäre auf jeden Fall für Kromosch wäre das schon ein richtiges Baba Zeichen aber wir schauen einfach mal Wanda habe ich schon gehabt ok so Olympus ist auch nichts für uns da ist auch Crab ich muss halt dann der ist auf jeden Fall neu das ist nice das ist auf jeden Fall ein neuer ich muss schauen welche Charaktere Limit Break haben und wir bekommen bei den Legends Fujitora Rip Alter Shit 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 Happens sage ich mal dazu ja leider oh da bekommen wir ihn gleich nochmal Evolved ok da haben wir uns Entwicklungskosten gespart ok aber letztendlich wir hatten ihn schon Reis so habe ich leider auch schon hm ja Chopper bitte nicht oh ok also ich habe den schon aber offensichtlich unenvolved ok yes yes alter nice ok die ist richtig sick ich liebe sie Reis so alter oh mein Gott die ist auf jeden Fall von den Gamma Batch die ich natürlich am liebsten haben wollen würde und habe sie natürlich jetzt auch bekommen das ist sexy würde ich mal dazu sagen haha so und der nächste ist oh fake gold alter naja ok auf jeden Fall zwei neue bekommen ein Dupe was ja 6 star angeht aber naja schauen wir einfach mal komm auf zum zweiten zwei Multis haben wir noch vor uns ich würde mich natürlich auch sehr sehr über den ja neuen Squado freuen der halt für Treasure Mode sozusagen richtig geil wäre und wir bekommen noch eine Legend ok also wir haben auf jeden Fall würde ich mal dazu sagen drei Multis drei Legends mit der Safe Legende 3 Multis 3 Legends mit der Safe Legende kann man sich eigentlich nicht beklagen so wir bekommen noch eine Wanda und es wird Buggy ich bin wieder ein Dupe City würde ich mal dazu sagen WTF gib mir neue Charaktere ich will keine Legends haben ich will neue Charaktere Cecilien hab ich auch schon shit man fuck alter neptun richtig guter Pool habe ich aber auch schon unzählige mal gezogen ja Cecilien lass gut sein den habe ich auch schon oh nein oh nein nicht dein einziger neuer das ist ranzig oh ja nice jetzt geht gerade bei mir so die Baba Brille runter alter yes die Pixel Brille sehr schön ich hab den guten Akkaino gezogen der ist richtig gut er hat einen 2,5 Punkte Boost im Treasure Map das ist richtig sick würde ich dazu sagen und wir bekommen noch Petro den habe ich leider auch schon ja geil okay jetzt bekommen wir eine dritte Chance alle guten Dinge sind drei was Legends angeht schauen wir mal ob ich noch einen von den Germa Leuten bekomme das wäre auf jeden Fall auch sehr sexy so und ich bekomme noch eine Legend WTF also drei Multis vier Legends das ist schon krass weil ich gerade auch schon gesagt habe ich bin eigentlich nicht auf Legends aus aber ich will neue Charaktere man wer braucht die ganzen Crap Charaktere ich hab sie alle schon und wird es diesmal ein oh Black Mirror Dube City man also drei Dubes fuck man fuck my life ja Joe so ne kacke hier Corby alter der ist auch nicht so schlecht aber habe ich auch schon der ist neu okay der Moria ist auch neu für mich der ist gar nicht mal so schlecht das finde ich nice das schön bekommen habe die gute Robin die habe ich schon die ist auch eine gute auch ein guter Charakter aber habe ich auch schon deshalb sage ich nichts und Eisberg Fake Gold fuck off man komm schon jetzt vierte Legende komm lass es neu sein please und es wird Shirahoshi oh mein Gott oh mein Gott nice 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 richtig nice würde ich dazu sagen bringt mir jetzt ein Treasure Map nix Gott sei Dank habe ich schon Akaino gezogen auch eine neue Legende Shirahoshi richtig Baba für mein ja für meine Striker Team sage ich jetzt mal oh mein Gott also ich würde sagen voller Erfolg bei dem Sugo also ich kann mich nicht beklagen jeder wird mich wieder hassen ganz ehrlich weil ich wieder bei 3 Multi Sphere Legends bekommen habe und sogar noch eine neue dabei und den guten Akaino habe ich auch gezogen okay ich sag mal ich bin zufrieden ich habe Akaino gezogen ich habe Shirahoshi gezogen ich habe Raichu gezogen kann man zufrieden sein und noch ein paar andere neue Charaktere die ich eigentlich jetzt sie sind jetzt keine Baba Charaktere gewesen aber es waren neue Charaktere dabei es war eine neue Legend dabei und wie gesagt es war der Akaino dabei der halt für Treasure Map derzeit extrem nice ist deswegen voller Erfolg für das Sugo okay da wünsche ich euch natürlich allen noch viel Glück würde ich euch empfehlen ein Multi zu machen wenn ihr wirklich genug Games habt vielleicht überlegt es euch schaut bei den gefeaturen Charakteren welche ihr noch braucht ansonsten nur ein paar Singles würde ich euch empfehlen ja würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen ich drücke euch allen die Daumen das heißt schaut euch rein und bis zum nächsten Mal aus